Herzlich Willkommen meine Damen und Herren, hier ist der Nils und wir spielen hier Minecraft Dungeons. Auf geht's! Stürmt sie! Was ich überhaupt nicht gesehen habe ist... Ach du meine Güte, dafür ist das TNT gedacht. Wo ist das TNT? Hier war doch irgendwo ein TNT, na ist nicht... Ach hier. Na komm, putt, 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 putt. Ja, komm zu Papa. Komm zu Papa. Ja, es bringt ja nichts. Bringt überhaupt nichts. Ausgeschmissene Zeit mit dem Ding. Das kannst du nicht richtig steuern. Ich vergesse immer auf 1 zu drücken, weil ich kann diese Feuerdinger machen. jetzt muss ich das mal ausprobieren. Ah, okay. Das ist umständlich. Ich muss erst auf 1 drücken. Ja, passt. Passt, super. Genießen wir mal die Geräusche für ein paar Sekunden. Schön, ne? Ja. Geräusche sind cool gemacht. Kann ich hier runter? Ja, anscheinend. Oha. Wo bin ich hier? Hier gibt's wieder ein Dungeon. Okay. Jetzt kommen wir nicht mal rauf, ne? Ach du meine Güte. Aha, also diese Explosionspfeile sind richtig cool. Ja, der Hund ist cool, weil der manchmal die ablenkt. Das ist ja richtig cool gemacht. Kann man hier wieder nix sehen. Ja, das macht jetzt auch keinen Spaß. Das macht jetzt auch keinen Spaß. Die sind extrem stark. Warum denn? Wieso denn? Was ist das hier? Okay. Ja, ich bin unsichtbar. Das bringt mir aber nix. Alter, wieso ist denn der so stark? Ich habe keine Rüstung. Ich habe gar nix. Anstatt mal eine kleine Rüstung zu kriegen. Das ist nix. Okay, cool. Kann ich hier drauf springen. Mir fehlt ein bisschen so dieses Minecraft-Feeling. Dieses abbauen oder so. Schattengebräu. War ich jetzt da schon drin oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Aber wenn die anderen schon so stark waren, glaube ich nicht, dass wir das schaffen. Das werden wir nicht schaffen. Darüber. Where is it? Where is it? Ach, hier oben. Ich bin dumm. Oha. Okay, Brot ist cool. Pfeile. 179 ist auch cool. What is that? Naja, vier Stück gibt es da. Okay, okay, okay. Das ist von einem Zauberer. Schön gemacht. Kann halt gar nix machen hier, ne? Kein Glück. Gar nix. Kann ich was aufwerten? Nein. Nun gut. Ja, das macht Spaß. Okay, dann gehen wir mal weiter, Leute. Wie kann ich denn das einfangen? Schreibt mir das mal bitte rein. Ich hätte gerne die Truhe. Ja, komm, ich gehe jetzt dir ganz bestimmt nicht nach. Da musst du denn die ganzen Feinde? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Wie stark sind die denn jetzt? Okay, das geht. Die sind nicht stark. Die sind jetzt nicht besonders stark. Wo bin ich denn? Ja, wenn man mich nimmt, wenn ich nicht sehe, wo ich bin. Okay, es gibt ganz schön viele von denen. Naja, die haben ja überhaupt... Die machen ja keinen Schaden. Wenigstens die meisten. Cool. Ja, macht Spaß. Macht Bock, muss ich ehrlich sagen. Muss ich erst an die Geräusche gewöhnen. Okay. Nordnordöstlich. Ach komm, laufen wir mal da rüber. Wow, hinterrücks. Der hat auf mich gewartet, der Kleines. Das ist ja ungeheuerlich. Ich vergesse immer die Eins zu machen, weil ich an die Eins nicht rankomme. Da müsste ich dann immer kurz hinklicken. Oh ja, die haben richtig... Alter, Schwede. Ja. Es gibt keine... Doch. Rot und Pfeile. Okay, cool. Ich bin auf der anderen Seite. Einer fehlt noch. Ja, müssen wir einmal rumlaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie man da rumkommt. Ich glaube, wir müssen da wieder runter. Schaut mal, wie schön die Farbe hier ist. Da war einer, da war einer, da war einer. Also der andere hat mich wirklich hinterrücks angegriffen. Und zack, ich will mich auch mal so entfernen können. Wir haben 525 Gold und können es nicht ausgeben. Wir haben 525 Gold und können es nicht ausgeben. Und dann sind wir da war einmal. Und dann geht's nicht lige um... Vielen Dank.